Musik Tod ist keine Schande! Scanner frei! Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Die Augen offen halten, schön langsam. Verstanden. Mir nach. Feindlicher Transporter voraus. Deckung nutzen und in Bewegung bleiben. Position halten. Mal sehen, was die vorhören. Ich sehe zwei Speer. Verstanden. Lass den Transporter passieren. Such dir einen aus. Ich nehme den anderen. Dann los. Feinde nähern sich von links. Entdeckung. Ist weg. Weiter. Ähnlicher Transporter... ... Kapitän, Bravo ist in Position auf dem Träger Zervos. Verstanden, Brooks. Parameter für Ladungen sichern. Da ist Zuglicht. Unten bleiben. Weiter geht's. Transportschiff. Habe Sichtkontakt zum Ziel. Der Arbeit ist ein Wartungsteam an den Triebwerken. Ich sehe Sie. Reparaturdivision. Zwei Höhlentechniker, zwei Sicherheitskräfte. Wir können Sie von hier aus schalten oder nah rangehen. Guter Schutz. Triebwerke gesichert. Bravo, bitte bestätigen. Bestätigt. Hier ist alles gut. Brooks Cash. Schalten wir diese Triebwerke mit unseren EMPs aus. Verstanden. Platziere EMP. Okay. Platzieren wir die EMPs bevor Sie Verstärkung schicken, Reyes. Ladung platziert. Wie ist der Status, Karsch? Verstanden. Alle Teams zurückbleiben. Zünde! Noch drei oder weniger, bis Sie die Energie wiederherstellen. Retribution, hier spricht der Käpt'n. Die Cerberus ist außer Dienst. Roger, auf dem Weg zu Ihrem Sektor. Habe nicht von der Lurenti-Fusion. Verstanden. Haben Skelter im Einsatzgebiet. Skar-2 zur Unterdrückung in die Luft bringen. Verstanden. Start voll sofort, Sir. Hier oben sind Verfolien. Feindkontakt, zwölf Uhr. Sie kommen aus dem Kontrollturm. Ausweich, Kusser-3. Wir haben hier in ein Nest gestochen, Reyes. Schützen auf den Masken. Hier oben sind wir in ein Angst. Angelegen. Auf die Flanke. Auf die Flanke. Auf die Flanke. Auf die Vagierer, der Fakt! Da kommen noch mehr SPS-Einheiten. 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 Ziel 1 Uhr! Gegenmaßnahmen! Ziele 4 Uhr! Ziele 4 Uhr! Ziel 10 Uhr! Ziel 10 Uhr! Täuschkörper abgeworfen! Täuskörper abgeworfen! Täuskörper abgeworfen! Ziel 1 Uhr! Ziele 12 Uhr! Täuskörper abgeworfen! Täuskörper abgeworfen! Täuskörper abgeworfen! Wir haben einige von der Westen des Lebens, Reyes. Käpt'n, wir haben ein Problem. Lass damit! Die Zerberos hat wieder volle Energie. Sie laufen die Railgun. Alles Gas zur Basis zurückkehren. Gator, angeworfen Zerberos nach eigenem Ermessen. Allein da, Reyes! So, noch 20 Sekunden, wenn die Waffen der Pferd, wo wir aktiv sind, sieh uns um die Retribution zu erfassen. Hier runter! Käpt'n abort! Drücke, sprengen! Sofort! Spraunen! Drei, zwei, eins! Käpt'n, Lieutenant! Gleich läuft ein Bericht über Gens. Ohne mich. Nachrichten sind scheiße. Ich hasse es zu warten. Die Jungs tanken sie auf. Dauert nicht mehr lang. Bereit für die SDF, ja? Der Käpt'n muss was sehen. Mach, 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 mach! Verschwenden wir keine Zeit und drehen eine kleine Runde draußen, Reyes. Käpt'n auf der Brücke! Du musst das nicht sagen. Ich find's gut. Käpt'n hat die Brücke. Raven 1 angedockt? Und gerade rein, Matt. Gut. Sir, Admiral Reyes hat ein Primärziel in der Nähe des Atom festgelegt. Die Brücke hat zusätzliche SDF-Flotteninformationen entschlüsselt. Neue Luftkampfgelegenheitsziele sind jetzt verfügbar. Der Turm ist unser Zielpunkt. Die Situation hält den Feind in der Defensive und von der Erde fern. Käpt'n, diese Mission ist für uns von äußerster Dringlichkeit. Wenn ich könnte, wäre ich mit dabei. Admiral Ende. Alles klar. Bereit zum Sprung. Kollisionsalarmatik. Los in drei, zwei, eins. Einschätzung? Nicht gut. Genauigkeit 0,86. Können Sie dranbleiben, Gators? Ich arbeite dran. Hohe Hüllenbelastung. Gehen wir drauf? Zu 90 Prozent, nein. Zu 10 Prozent, ja. Beim Eintritt schweben. Drei, zwei, eins. Berecht. Fehlertoleranz. 0,05. Guter Sprung, Käpt'n. Gut geflogen, Gator. Boat. Der Käpt'n muss zur Waffenkammer. Ja, man. Staff Sergeant Omar ist in der Waffenkammer, Käpt'n. Ich bringe Sie gleich runter. Drei Jahrzehnte her, dass Truppen auf Titan waren, Sir. Meine Feuertaufe. Den Treibstoffdum zu rösten bringt Ihnen jede Menge Sympathien ein. An Bord oder zu Hause? Beides, Sir. Die Kommunikation wird Aussätze haben. Wir hoffen auf schwach, aber verständlich. Also lächeln und durch. Zeigen Sie es Ihnen, Käpt'n. Wenn Sie mir folgen wollen, Sir. Automatheiz bei 700 Meter. Geberschein wohl noch bei 900. Nur bei vollem Schuh. Käpt'n, ich bereite die Stoppelhopser für Titan vor. Appell in fünf Minuten auf dem Flugdeck. Sergeant, check. Ah, ich geh dann. Muss ein paar Karabiner vorbereiten. Danke, Chief. Waren Sie schon auf Titan? War ich. Job? Nein. Familie. Mein Dad war dort stationiert. Hat an den Pipelines gearbeitet. Er war schon im Ruhestand, als die SDF kam. Dann zeigen wir es denen. Liebend gerne. Ich habe lange drauf gewartet. Wie wollen wir es machen? Gemeinsam. Wir beide. Bestätigt? Bestätigt. Bewaffnete Aufklärung. Kleines Team. Wir greifen ein Sperrgebiet an. Ja. Das Gute an der Sache ist, dass die SDF keinen gefragt hat. Und wir werden auch niemanden fragen. Meine Jackals sind schon bereit. Machen Sie es einfach so wie damals beim Portal. Wir machen alles dicht. Voller Stolz zu Diensten. Stolz ist zu 100% Bonafide-Scheiße, Reyes. Die Mission muss immer zuerst kommen. Verstanden. Sir, der Sergeant weiß, dass es im Gelöbnis der Navy um Stolz geht. Ich wusste doch, dass mir was an euch Dreckssäcken nicht gefällt. Das erklärt die weiße Uniform. Und die U-Boote. U-Boote? Ja. Nur die Navy baut ein Schiff, das sinken soll. Rüsten wir uns aus und üben Rache. Captain! Ja? Nehmen wir Ethan mit. Ich will ihn im Team haben. Das wird er sicher gerne hören. Er hat den größten Respekt vor den Marines. Ja, das sollte er besser. Ethan, du bist dran. Melden bei Raven 2. Hab ein paar richtig gute Stöcke für Sie, Commander. Unterwegs zum Titan, was? Ein Schild hilft dabei, alles zu finden, was sich so anschleicht. Die Frischlinge haben den Schießstand eingerichtet. Probieren Sie alles aus, was Ihnen gerade auffällt. Ausrüstung kommt. Der Mann weiß, was er will. Viel Glück, Sir. Was meinen Sie, Sergeant? Es kann losgehen, Captain. Wie sieht es aus, Boss? Raven 2 ist im Gate. Äh, Vorsicht, der Unterschallzug in Titans Atmosphäre ist heftig. Wer fliegt den Transporter? Bugs. Er setzt Sie sanft ab, aber machen Sie sich auf einen holprigen Flug gefasst. Werden Sie Luftkrankstuff, Sergeant? Nee. Es gibt immer ein erstes Mal. Hier geht es zum Transporter. Formieren! Es geht los! Fest und schnallen! Festhalten, Kashima! Es wird holprig! Kein Problem, Sergeant. Da will gern mal das Mittagessen raus. Ein netter Platz am Gang für Sie, Sir. Linke Seite, Nummer 1. Falscher Einsatz, Metal, Mann. Hey! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Der Bot gehört zu mir. Schluss mit dem Gerede, klar? Hinsetzen, Soldat. Ja, es darf, starten. Start freigegeben, Borgs. Aye, Sir. Für Sprung vorbereiten. Für Sprung vorbereiten. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt! Festhalten, jetzt kommt's! Tod ist keine Schande! Fünf, vier, drei, zwei, eins.